Ola und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Left 4 Dead 2 Wir schauen uns heute die Mod Helm's Deep Reborn an Haben uns ja das letzte Mal Deathcraft angeschaut, ja? Schaut vorbei! Und dabei ohne Spaß, die Mod hier ist einfach mal absolut Hardcore Und im Vergleich zu Deathcraft 1000 Levels schwieriger Oder? Vor allem, weil wir jetzt mit zweiten kompetenten KI-Spielern unterwegs sind Wobei wir selbst nicht so ganz kompetent sind Ja, aber wir laufen nicht Hier joint auch keiner gerade, ne? Ich weiß auch nicht Na komm, scheiß drauf, let's go, schaff mal irgendwie Okay, Leute Das ist wirklich ein absolut geiler Motto und eigentlich so der Kaufgrund gewesen, warum ich mir das Spiel überhaupt geholt hab Also so der, ich hätt's mir wahrscheinlich auch so geholt Aber das war so der Über Ja klar, weil ich bei, für 5 Euro nimmt man's sowieso Ja echt, ne? Übrigens krieg ich von dir nur 5 Euro Richtig Ach ja, so Alles klar, ja für 5 Euro war das halt mega billig Und jetzt müssen wir einfach hier die Mauer verteidigen, 7 Minuten aushalten und da kommen sie schon Ach du Heiliger Erstmal mit dem Geschütz reinhalten Ja, ich versuch die Special-Viecher mit der Sniper wegzuballern Das Geschütz ist so laut So unglaublich laut Und der Spaß, wenn hier echte Spieler wären, dann würden hier niemals so einfach die Leiter hochkommen Baumhunter, stirb einfach so Alter, der Hunter, der springt doch wie so ein Vollidiot durch die Gegend Ach ja, halt echt so Wie sie jetzt schon die Mauer hochkommt, das kann wirklich wahr sein Warte, ich mach ihn halt dicht Oh, es leckt Echt? Ja Da kommt ein Tank Da kommt ein Tank Bam Oh Mann, oh Mann Leckt's noch? Ja, ja, es leckt immer noch Hm Das ist natürlich nicht so geil Da kommt übrigens links von dir der Tank hoch Links von dir der Tank Ach du Scheiße Ja Äh, ja Immer noch Es geht Ah, deine Ping ist gerade ein bisschen im Ass Ja, die wird sich schon noch Äh, reg... Äh, 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 äh Äh, äh, äh Moli Also echt, hier muss man ein bisschen diese Dinger hier verballern Weil, Alter, wie die hier auch so einfach die Mauer hochklettern Mein Spaß, ich weiß nicht, auf was unsere beiden KI-Spieler eigentlich schießen hier Die treffen... Links von dir kommt Lanter, links von dir kommt Lanter Ist tot Die treffen doch da nie im Leben irgendwas Das ist halt wirklich so Jockey... Down Aber die schießen wenigstens... Ich glaub, die halten tatsächlich die Mauer oben frei Das heißt, wir können uns, glaub ich, echt auf... Ja, das ist echt verrückt Es funktioniert sogar bis jetzt eigentlich Äh, das ist echt da, mal Wenn wir das mit... Okay Zeit für einen Moli-Skill-Wurf Pass auf, wo ist der Tank? Ja, rechts, ganz rechts Okay Der muss doch ver... Ach, fuck War die schlecht geworfen Alter Geht weg von mir Schon tot Nice Charger Charger links von dir Charger Kommt den Gang entlang Hunter kommt jetzt bei mir auch hoch Fuck you, Hunter Alter Ich kann mich nicht... Oh, da kommen ganz viele Hunter hat mich Hunter hat mich Hunter geht... Alter, wie viel Damage die hier machen Das ist unfassbar Ich bin dauer Wir machen so viel Damage Uns joint auch keiner, ne? Uns joint einfach keiner Uns joint echt keine Sorgen Das ist echt assi Okay Ach du Heiliger Wie viele da jetzt hochkommen Ich werfe ne, äh, Bombe Tank Tank überlegt Links Über links Ja Und Spitter Ne, aber tank 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 Nein, mich hat ein Smoker Jetzt Nick, schieß ihn doch ab Alter, Nick Oh, da ist der... Oh, der Tank ist auf der Mauer Oh, fuck Oh, er ist schon tot Das ist hier gerade Ich muss noch ein bisschen mehr Rohrbomben werfen Achtung, Rohrbomben werfen Links kommt ein Smoker Angesneakt hier Aber nix da Yep Smoker ist da Noch ein Smoker Jawohl Alter, von wo kommt er schon wieder Ein Tank? Wie lange müssen wir durchhalten am Anfang? Sieben Minuten Sieben scheiß Minuten Oh, ja Ich komm gleich zu dir rüber Wenn die alle Bomben verballert sind Weil dann Macht sie keinen Sinn mehr Alter, Smoker hat hier Rochelle Eine Rochelle La Rochelle 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 Yeah Oh, yeah Dem ja Rochelle Ey, die Mauer ist schon kaputt Ja, ja Ja Wir sollten uns echt so langsam mal auf den Weg machen Um uns hier zu verziehen Ja, ich werde mich mal verziehen Also, Laurin, am besten du Folgst meinem Beispiel Okay, okay So, jetzt Es sieht bisher erstaunlich gut aus, muss ich sagen Ja, hab ich jetzt auch nicht so erwartet Oh, ey, da hat er einen Molli geworfen Denn, äh Ach du was Ich hab mich grad schon gewundert Ah, danke Da ist ein Tank irgendwo Da links oben Ja, da kommt er Da kommt er Oh, ja Die Tanks, die bringen hier die komplette Ordnung durcheinander Einfach mal Alter Wie er auf dich zu rennt Der ist down Okay Nice, nice, nice Achtung, ich renne da gleich rein Und schmeiß einen Benzinkandistern Schieß den bitte ab Oder halt irgendwas, was ich jetzt hier reinschleiß Ja, ja Schmeiß Hier Nice Ich hab ein Tank gehört Na, ich hab Ich hab Charger 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 Oh, oh Und hinter mir Mir ist ein Jockey auf den Fersen Ich glaub der ist down Schmeißt er wieder irgendwas rein in die Lücke Irgendwas Ich hab was Ich hab was Ich hab was Ich hab was Ich hab Spaß damit Eine Minute Fünfzehn noch Charger Okay Kommt wieder ein Tank Zwei Tanks kommen da jetzt Einer durch die Mitte Und einer steht da ja schon Fuck Komm, stirb Tank Ja, der erste ist down Alter, wie viele Hunter das sind Hab dich Komm schon, stirb einfach nur, bitte Ja Ja, ja, ja Oh, shit Oh, fuck Ein Joker hat grad mit Rochelle Alter, habt ihr wenig Leben Ey, komm mal her Laurin, ich kann dich heilen Oh, fuck Schieß bitte den Jockey, der da kommt Ey, wir haben's gleich geschafft Zehn Sekunden noch Oh, fuck LOL Okay, okay Okay, go, 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 go Rohrbomb beschmeißen Wir haben's gleich geschafft Okay, wir haben's geschafft Weg hier Ich brauch nur Ich verzieh mich Da oben ist ein Smoke auf der Mauer Aber ich glaub, der kriegt uns nicht mehr Geil, ey Wie weit wir's jetzt geschafft haben Schon, immerhin Ja Ich Nicht schlecht Nice Okay, ich hab übrigens noch eine Rohrbomb Bei mir gesichert Ähm, damit ich hier irgendwie noch runterschmeißen kann So Ah, nee, da unten bist du Rochelle, komm doch mal hier hoch, bitte So Das ist so krank, Alter Es sind so viele einfach nur So viele Ich find's halt auch noch so assi, dass die hier über die Hier über die Steine kommen Das find ich richtig assi Oh ja Und wenn dann Tank hier hochkommt, dann wäre ich ein Problem Und was macht Rochelle da? Alter, Rochelle Da ist ein Tank Wo? Rechts über die Steine Oh, 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 oh Ich schieß drauf, ich schieß drauf, ich schieß drauf, ich schieß drauf Hab keinen Alter Hat der mir eine mitgegeben Ja, der ist down Alter, ich krieg grad so aufs Maul Ich hab sauber nicht Leben Nicht erst Warte, ich schmeiß meine Rohrbombe runter Ich bin down Oh Ach, du scheiße Ich glaub, wir sollten uns hier echt mal verpissen Versuch irgendwie durchzukommen oder so Oh, oh Nein Ich hab ein Jockey Ich krieg ihn auch nicht runter Ich Oh, shit Rochelle liegt noch Das war's wohl Fuck Naja, immerhin 8 Minuten 45 Scheiße Aber, Alter, dafür, dass wir mit zwei KI-Spielern gespielt haben War's doch noch Recht in Ordnung Warum joint uns auch keiner? Ist doch assi, ey Ja, Leute, dann war das schon die erste Folge Wir versuchen irgendwie am nächsten Mal mal ein paar Richtige Spieler mit reinzukriegen Wollen wir gleich eine noch aufnehmen und irgendwie versuchen In der Lobby zu kommen, wo welche drin sind schon? Ja, könnten wir versuchen Okay Allsam, bis zum nächsten Mal Ciao Ciao